Hallo allerseits, der Piom hier und willkommen zu Part 9 vom Fallen Fantasy 7 Rebirth Let's Play. Okay, wir werden jetzt versuchen, den Kessel Coatle einmal zu besiegen. So wie ich mich kenne, wird es wahrscheinlich ziemlich hier den Bach runtergehen, aber man kann ja auch was drauf in ein Geist. Na? Mal schauen, wie das laufen wird. Ich bin echt nicht guter Dinge, allein schon deswegen, weil wir Stufe 22 brauchen für den Kampf. Und wir sind gerade 20. Hört sich nicht nach viel an, aber wenn man das relativ betrachtet sich einmal anschaut, ist er 10% höher als wir. 10% ist schon ziemlich signifikant, wenn ihr mich fragt. Aber gut, mal schauen, vielleicht wenn ich mir die ganzen Angriffsmuster und so dann hier einpräge, vielleicht wird es ja auch nicht so schlimm sein. Ich hoffe es zumindest. Ja, hoffentlich werde ich nach diesem Kampf nicht dann hollow sein. Ach, wir sind noch hier. Okay. Ja gut, sonst. Ja gut. Sie können nur die Gehrein in der Blick des Augen schreien, aber auch die Rocken mit großem Wurzeln. Und wenn das nicht schreien Sie, diese Variante kann einen Toxin werden, die seine Quarren in einen Frag verabschiedet hat. Sein Favorit ist, ob es ein Gourmet qualifiziert, oder nur ein Pickie-Eater, ist immer noch ein Thema der Verzweiflung. Whatever der Fall ist, weitere Forschung könnte uns zu verstehen, wie seine Diät unterstützt seine Physik. Also geh in da und gib es eine gute Bedeutung! Aber das wird natürlich nicht kohott sein. Ich habe dich nicht. Feuer und Eis. Hm. Gut zu wissen. Good job, Air Riff. Good job. Hm. Ja, werde ich wohl benutzen müssen. Ei, ei, ei. Kannst du kämpfen? Ja, okay, ich werde besser. Gehen Sie! Super. Ich bin zu problematisch, dass du hier abläufst. Dieser ist für dich! Zu viel? Die Geschichte ist all die Sicherheit. Hallo, bist du okay? Okay? Ich habe das. Komm schon! Ah, komm. Genau. Nicht optimal. Das heißt nichts. Wir könnten einen Limit Break machen, aber... brauchen wir nicht. Ich habe das nicht. Ich habe das nicht. Ich habe das nicht. Oh Gott. Du hast alle Objektive beobachtet. Hm, dass ich einen Preis habe. Hm hm. Ja, ich bin ein guter. Ich bin ein guter. Das Daten, die du collectiert hast wird nicht wertvoll. Wir haben ihn bereits benutzt, um ein neues Kampf zu produzieren. Schau mal! Was? Ich sehe, dass Mai schon alles hat. Das bedeutet, dass ich nichts mehr dazu geben. Ich habe es nicht in dieser Zeit. Dann können wir das noch schnell machen. Auch wenn es nicht ganz optimal ist. Ja, kann man auch machen. Okay, bevor wir das einmal abscannen, was können wir hier bei der Synthese erstellen? Ja, kann man auch machen. Das könnte man machen, wenn theoretisch. Ist aber halt nicht ganz gut. Sonst? Hm. Komm, machen wir mal. Ja, wir brauchen die Ketzelkotel-Kerle. Hm. Hm. Wird schon schief gehen, ne? Mit dem Kampf. Oh Mann. 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 Und dann noch vier. Ja, bevor wir das aber machen, ja, schauen wir erstmal, was der Grechel zu bieten hat, ne? Okay. Der Hard-Mod tut echt noch lustig. Ja, ich weiß, ich habe mich da inzwischen den kaputter Plattenspieler an, aber ja. Wenn ich jetzt schon auf dem normalen Mod so struggle, die wird dann Hard. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, das ein... Ja, ein ganz kleines bisschen. Wir müssen aber nicht außen rumlaufen, oder? Hm, quasi. Doch, müssen wir effektiv. Ja, ja, okay. Okay. Okay, okay, okay. Was sagt die Ausrüstung? Müsste man vielleicht sonst tiefer am besten gehen. Was wir auch in dem Zuge machen könnten ist eigentlich, was war das, Autospezialfertigkeit, oder? Ja, warum nicht? Na dann. Schnell schweigern für den Fall der Fälle. Müsste schon schief gehen. Müsste schon schief gehen. Oh, mit der Musik. Das wird lustig. Schau mal selber dran. So, erstmal analysieren. Hm. Eis. Okay. Ich werde dir zeigen, was ich tun kann. Was auch. Nein, ich bin für dich. Eine weitere Schuss. Dann sollten wir aber am besten einen Heiligen Magie-Kreis hier machen. Lass uns hierher kommen. Das war für dich. Komm, komm, schauen. Oh, nein. 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 Ach, die Schande. Ah, ja. Erius' Dodge ist richtig schlecht. Komm schon, komm schon. Du hast ihn gefragt! Das ist mein Leben! Nein, du kannst es nicht tun! Jemand kommt! Wir brauchen Hilfe! Komm, komm! 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 Ich wollte sogar noch wegtautschen, aber er hat leider nichts gebracht. Hm, hm hm. Du wirst wartet? Nein! Wir brauchen Hilfe! Ist aber schnell! Hm. Okay. Ich glaube, den Sammel werden wir gleich benutzen müssen. Hm. 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 Das lebt schonmal sehr viel besser. Aber... Na, wir müssen jetzt hier eigentlich uns alle heilen. Okay. Okay. Gut. Ja, move. Du bist auf. Du bist auf. Hm. Hm. Oh, tiefer kann die Wände mit Breaker einsetzen. Gut. Auch schwer! Das war gut. Dann schnell auch klaut. Ja, ich bin für dich! Cool. Okay. Die Verkäuferung über diesen fischigen Kreaturen war ein Wäste für die Augen. Ich denke, dass es für mich für meine Präsenz mehr Tolerable macht. Wie soll ich... Die Vögel sind die Verkäuferung. Jetzt, dann. Ich wünsche mir Sie auf Ihre Wäste über diesen Wäste. Und danke für die wertvolle Daten der Biologischen Wäste. Du warst auch möglich, um etwas großartiges Wäste zu bekommen. Die Wäste. Ich denke, dass es in der Erkrankung von etwas Wäste ist. Ja, ein Bauteil für eine Windmüde. Okay, nur noch drei Sachen, dann haben wir es ja hier in der Region. Jawohl. Hm, okay, also wenn die... Oh, wir könnten es nochmal machen, wenn wir lustig sind. Nee, nee, das vielleicht ein andermal. Hm, hat ganz so ledigst viel gegeben. Soll ich das hier? Ja, gut zu wissen, dass man das nochmal machen könnte, wenn man will. Mal schauen, was haben wir hier? Ah, okay. Das machen wir auf jeden Fall. Das ist das da? Ah ja. Würde sich perfekt anbieten. Ja, haben ziemlich viel eingesteckt. Bei dem Kampf, ne? Die Limit Breaks haben es echt gegattet. Oh Mann. Oh Mann. Das war alles. Die, die Leute vom Grassland的时候 hat, waren wir als Krieger einer объizierte im Ausl Guessigen. KALM´s heutiges Herbstfestival, wahrscheinlich als eine Ritual-Offerung von Propfen, um ihn zu empfehlen. Ausnahmsweise mal für was G'schweiß. Das ist unser Analyses des Grasland-Summon-Crystals. Danke. Jetzt wird Titan ein noch mehr verbreitendes Alli sein. Herzlichen Glückwunsch! Ah, obwohl Sie die notwendigen Materie noch nicht erhalten haben, wie ich erinnere mich, Sie müssen erst den DIVINE durch den Simulator konfrontieren. Wir müssen jetzt mal schauen. Haben wir hier irgendwo einen Fast-Travel-Dings? Ja, ja, haben wir. Das macht die Sache deutlich angenehmer. Okay, dann schauen wir mal. Okay. 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 Ich habe hier einen schönen Tag. Ich habe nur einen schönen Tag. Ich bin jetzt hier in der Zeit von der KALM. Ich habe hier eine gute Zeit. Ich bin jetzt hier in der Zeit, dass er in der Zeit wachst, dass wir nicht so viel Geld bezahlen haben. Ich bin jetzt hier in der Zeit, dass wir nicht so viel Geld bezahlen können. Ich bin jetzt hier in der Zeit. Bürgermeister, gute Neuigkeiten. Sieht so aus, dass du noch Komponente hast, Murk. Bevor du wegschraubst, hat sie das für dich gesetzt. Sie hat gesagt, dass sie ihre Kollegen kompensiert werden. Dann geht es nur noch effektiv dahin. Ein Hoch auf die NVMe SSD. Ich will nicht wissen, wie lange es gedauert hätte, hier zu laden, wenn es noch auf der PS4 gewesen wäre. Oh. Okay, schauen wir mal. Okay. Hm. Sehr gut. Super. Okay, der Booty hat noch etwas. Ah, okay. Nice. Also immer schon hier die Augen auf und halten nach Chocobo-Küken. Okay, wieder so etwas. Oh. Hm. Hm. Nice, nice. Jetzt gleich das nächste. Sehr gut. Hm. Äh, Pico. Falsche Richtung. Da musst du. Hm. Kameraden-Orgel. Hm. Okay. Hm. Okay. Hm. Dann. Oh. Nur noch eine Aufgabe. Okay. Dann schauen wir mal. Das ist dann... Ah ja. Mit der Proto-Substanz. Genau. Mit dem Proto-Relic. Bevor wir das aber machen... Wenn wir schon mal hier sind... Dann schmücken wir... Oder... Pflücken wir gleich ein paar Blumen und dann schmücken wir. Ist nicht richtig. Sind das Alraunen? Ja. Matic-Ora-S. Beziehungsweise. Okay. Analyse. Hm. Das übliche. Wird wahrscheinlich nicht springen, aber... Kommt auch nicht. Kommt auch nicht. Hm. 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 Gut, dass du mich hier hast. Hm hm hm. Hm hm. Es meint mich an, als wir die Blumen für die Blumen. Ja. So süß. Und so süß. Perfekt für eine Blumen. Das ist ein Start. Aber wir brauchen definitiv mehr. Hey. Das ist eine gute Findung. Diese symbolisieren familialen Liebe. Sehr gut für unsere Worte. Ja. Genau deswegen hab ich's genommen. Genau. 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 Ein paar mehr können es nicht so sein. Oh, jetzt sind diese sehr wunderschön. Also möchtest du tief, passionnete Reds, oder? Okay. Warum nicht? Okay. Warum nicht? Das sollte wahrscheinlich genug sein. Lass uns ihn an Chloe geben. Mhm. Okay. Schnelle Hülsen wieder möglich. Nice. Okay. Mal sehen. Was fiel eigentlich noch an Monsterberichten hier? Oder Analysen eher, sollte ich eher sagen. Hier haben wir alles soweit. Okay, okay. Post, post. Einer. Hm, einer. Ja, okay. Mal schauen. Ja, ich glaub am schnellsten wär's, wenn wir hier eine Schnellreise machen. Ja. Wenn wir eh schon mal hier sind, dann können wir ja auch gleich uns doch mal hier unser Folie ein bisschen erweitern. Beziehungsweise auch schauen, was es hier gibt. Neutiges Kissen. Kann nicht schaden. Ist auch wichtig, wie ich die benutze. Das könnte ja auch nicht schaden. Jetzt mal schauen wir mal, was sich machen lässt. Dann schauen wir mal, was sich machen lässt. Hm. Okay, das hört sich auch nicht so schlecht an. Den nehm ich mal. Das nehm ich auch mal. Könnte ja auch nicht schaden. Oh, das ist aber auch ziemlich gut. Ich glaube, ich nehme die hier. Oh, geht okay. Könnte ich nicht schaden? Hm. Ähm. Okay. 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 Ich glaube, ich habe die Aktive-Battle-Einheit. Hört sich auch nicht schlecht an. Hm. Also die Qual der Wahl, ne? Ich meine, klar. Früher oder später wird man dann alle hier freigeschaltet haben. Bis es aber soweit ist, wird es, glaube ich, noch ein bisschen dauern. Ja, der Rest, der ist gerade noch nicht holbar. Hm. Könnte ja auch nicht schaden. Oh, Moment, Moment, was haben wir hier? Okay, ich glaube, ich nehme lieber den da. Und die beiden, ich weiß nicht, soll ich die hier noch schnell machen oder lieber offscreen? Ach, wenn wir eh schon hier sind. Okay. Das ist nützlich cooler. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist nützlich cooler. Vielen Dank. Das ist nützlich cooler. 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 Die Leute kamen und mich in Kontakt mit Broden und Avalanche. Imprensvoll ist die Art der Kommission zu verbinden. Ich empfehle ihn. Ist das dein Hund da? Ich habe ihn gebetet. Ich habe ihn nicht. Aber er könnte. Wer ist ein guter Junge? Es ist du! Du... Was sagt mir, dass er nicht alle fach. Hey, du weißt, dein Hund vielleicht kann den Fiends-Sent. Vielleicht probierst du auf die Szene des Krieges. Hier. So? Es hat viele Tage seit den Angriffen, so der Scent ist nicht frisch. Andere Tiere sind auch gekommen. Das wird nicht leicht. Ich glaube, ein Chocobo könnte es so machen. Der Szen der Schmutz ist, aber diese Straße ist noch ziemlich schlecht. Wenn du versuchen, dann werde ich dich nicht stoppen. Was? 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 Er hat etwas. Was? Nein. Ich habe noch ein Faint impression von der Scent. Together we can find the Beast. Du willst es von hier an aus? Nein. Chocobo hat uns so weit entfernt. Ja. Hört sich so an, als wäre er lowkey salty. Ja. Ja. Es gab hier eine Herausforderung, nicht lange vor. Ja. Ich kann nicht helfen, die Zähne zu stecken. Sicher, dass er ihn nicht strecken kann. Hm. Ich bin jetzt echt gespannt, wen wir jetzt hier bekämpfen werden. Ich hoffe echt, wie gesagt, dass es ein neuer Monstertyp sein wird. Alles bräuchten wir auf jeden Fall für den VR-Kampf. Vielleicht fehlt ja nur noch eine andere Art. Dann haben wir es. Oh wait. Wenn ich schon mal hier bin... Schwinged an zuziehen. Was? Hm. Da. Das ist richtig. Ja, das habe ich schon immer wieder geklärt ausgelassen. Wenn es dich schon mal anbietet... Voll! Du bist fertig! Tschüss! Tschüss! Was? Es ist mein Gefühl von Ruhm. Seitdem ich in der Shinra-Büldung habe... Es ist nicht das gleiche. Vorher hätte ich keine Probleme mit dem Ruhm. Jetzt, aber... Vielleicht ist dieser Pferd bereit, einen Freund zu nehmen. Ja, vielleicht. Aber ja, der Kampf lief eigentlich ganz solide, hätte ich jetzt gesagt. Oder... Geht in Ordnung. Ich würde mir selbst eine 3 geben. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Oder... Ja... Diejenige Person, die sich gerade das Video hier anschaut und... Ja, auch gern kommentiert. Oder allgemein auch Kommentare abgibt. Ja. 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 Wenn du siehst, was ich für dich habe. Hier. Ja. 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 Ja oder! Hey! Ja! ja gut wenn wir schon mal hier sind ja, ok dann müssen wir schnell den machen aber ja, nice, wie es aussieht werden wir, glaube ich, im Best Case in diesem Part einmal die Region hier fertig machen also was die Nebensachen angeht, also die Aufträge von Shadley ja, komm die sehen schon so aus, als würden die Stress machen wollen nice hmm hmm hey there you folks buying or selling we're here for the Chocobo and Moogle card course you are okay, we have to break it to you, but ain't no way I'm giving that beauty at least not to some dabbler who fancies himself a collector unless you more than dabble tell you what, you beat me and that card is all yours so, you game okay, okay okay, only the most popular card game in recent memory name comes from that legend of the queen who ruled the world till she was deposed and killed by her people and from that royal blood spilled sprouted the fiends of the world come on, you know the story at any rate, game's really taken off no matter where you go, you'll find people willing to play okay 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 then bustle those guards, boy unser erster Stufe 3 Gegner, ne? hmm ich versuch's mal mit meiner jetzt zu gehen Kombi mal schauen, wie es laufen wird Was heißt hier? Blood has won oder Blood has lost? Natürlich setzt er die gleich direkt, der Bengel. Hm. Wir könnten den warten. Hm. Okay, okay. Hm. Okay, okay. Wird nicht viel Sinn machen, ne? Okay. Das wiederum. Hm. Okay, okay. Okay, okay. Hm. Ich glaube, es kann was werden. Ich glaube, ich habe ihn. Hm. 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 Könnte man machen, I guess. Oder ich mache dann hier dem links dann Synergy für den da unten. Oder? Ich, 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 ich muss gerade überlegen. Na gut, egal wo ich den Magic Pot hier platziere, der Gardist wird gebufft. Okay. Hm. Das heißt also. Das heißt also. Ja, aber ich brauche hier Stufe 3, ne? Ist halt die Frage, was will ich hier herwaffen, ne? Wie viel gibt er nochmal? Zwei. Okay. Gut, machen wir den. Ha, hab's genommen. Hihi. Oh, nice. Nice. Das lief gut. Habe ich gut gespielt, so wie es aussieht. Ja, ich weiß, Eigenlob stinkt. Aber nice. Twenty-one. Ich war richtig, ja, Savage gegen den. Nenn mich Twenty-one Savage. Hätte ich weniger Punkte gehabt, dann würde ich dementsprechend Punktanzahl Savage heißen. In dem Fall. Perfekt. Du hast ein paar seriöse Fähigkeiten, son. Schöne auf mich, um zu denken, was anderes zu denken. Ein Problem ist ein Problem. Hier ist dein Karte. Aber die nächste Zeit, wenn du gegen mich gehst, werde ich mein A-Game bringen. Hey, hast du schon auf deinem Deck gearbeitet? Ja, voll. Was hast du Kollegen zu bieten? Hm. Hm. Chocomapel, okay. Das wäre vielleicht auch keine schlechte Sache. Hm. Man kann aber auch nicht nachsehen, was genau die macht, ne? Ah, ich weiß nicht. Ich würde sagen, ich lasse es erstmal außen vor. Danke für eure Patronage. Danke für eure Patronage. Danke für eure Patronage. Dankeschön! Ja. Du hast es geschafft! Du hast mein Baby zurückgebracht! Ich bin ehrlich gesagt, das ist nicht die erste Karte, die ich verloren habe. Und wenn ich nur so viele habe, eine so schwer ist, ist sicherlich zu mir. Hier, wahrscheinlich ist es besser mit dir. Really? Aber nur so, wenn ich es gut genug ist, um es wieder zu gewinnen! Das ist ein Wart von meiner Meinung nach. Genau, genug von dem. Wie kann ich euch zwei, deine trinken? Also, dieser Mann hat hier vorhin aus Midgar geflogen, nach der Sektor 7 der Tragedie. Du weißt, wie es ist. Auf jeden Fall, er hat mich über diesen unglaublichen Cocktail gegeben, die in eine gewisse Barre in der Unterstadt. 7. Heaven. Ich weiß nicht, ob du von der Joint gehört hast. Sie haben es genannt, den Cosmo Canyon. Schön, nicht wahr? Geh auf, trink auf. Danke. Du weißt, das war nur das, was ich brauchte. Du weißt, dass du es magst. Du weißt? Ja. Das wird es geben, die es braucht. Salz, oder? Hey, das ist ziemlich clever. Ja, vielleicht werde ich das probieren. Warte, nicht sagen. Du bist derjenige den Cosmo Canyon, nicht wahr? Du bist der 7.Hemann-Bartender! Nicht heute, aber ein paar Tage später. Wenn wir ein neues Ort öffnen, schau dir das. Ich werde dir ein Cosmo Canyon selbst. Okay. Aber ich werde dir das. Ich werde dir die öffnen Nacht. Mit Bellen auf. Trommeln! So, mal schauen. Den müssen wir aber, glaube ich, noch freischalten. Soll ich das? Oder? Beziehungsweise, beim schwarzen Brett müssen wir vorbeischauen. Okay. Dann... ...lurgern wir mal. Ah, da ist es. Wir sind zurück. Ich glaube, das bedeutet, dass du schickst Shinra geschafft hast. Wir haben gehört, dass du unter dem Wetter fühlst. Word geht schnell. Ich habe dich nicht erwartet. Aber, seit du hier bist, kann ich dir ein favorit? Ein Freund von mir wollte, dass ich sie eine der alten Windmills von der Republik wollte, aber ich habe keine Kondition für das. Du denkst, dass du, insofern? Ich denke, wir sollten helfen. Wenn nicht für ihn, werden wir wahrscheinlich zurück in Hojo. Du weißt, schmerzen und schmerzen. Wahrscheinlich meine Mischung ausgesucht. Ich habe den Preis für ihn jetzt. Mindsides 2020. Schmerzen und schmerzen, was? Ein anderes? Manchmal höre ich... Vierer, glaube ich. Ich denke, sie schmerzen. Sie schmerzen mich. Sie schmerzen mich, um irgendwoher zu gehen. Sieht ziemlich verrückt, zu sagen. Ich war ein Jahrzehnt, aber als meine Eltern sterben, habe ich ausgesucht. Ich bin ausgesucht. Ich bin ausgesucht. Ich bin ausgesucht. Ich bin ausgesucht. Ich versuche dir die grüßlichen Details. Und nur sagen, dass sie meine Leben von mir verloren haben. Meine Familie. Meine Haus. Das ist das. Das ist genug für dich. Aber ich dachte, dass Kalm war dein Haus. Nicht mehr. Das ist nicht der Kalm, in der ich bin. Ich bin ausgesucht. Mein Haus wurde von Shinra. Und das? Eine imitation von Sinra. Aber ich bleibe. Weil ich mich nicht vergessen, was diese Mannschaft genommen haben. Leben in Hade kann einen Mann zu schmerzen. Danke. Mein Freundes Name ist Mildred. Du solltest sie finden, irgendwo in der alten Settlemente. Out auf der Kliffseite. Schau auf die Windmeldungen. Die Mildred. 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 Ich will sie lange genug. Jetzt kann ich sie nicht. Ich will sie nicht. Ah, okay. Warum nicht. Hat sie zufälligerweise eine Cousine, die Bitter Yellow heißt? Oder Bitter Blue? Oder Medium Green? Okay, der war schlecht. Wegen Mild im Sinne von milder Geschmack. Und Red halt die Farbe, ne? Ja. Aber gut, ich habe euch ja gewarnt, dass der Witz schlecht ist, ne? Hm. Ui, schon wieder über eine Stunde. Okay, ich würde sagen, die Quest mache ich noch fertig. Wenn es nicht allzu lang dauert, dann werden wir im nächsten Part Beck und seiner Bande mal so einen gehörig auf den Deckel geben. Hm. Hier gibt es auch noch etwas. Okay, warum nicht. Bis jetzt waren es immer eigentlich ganz gute Items, würde ich behaupten. Ach, Pico. Ja. Ja, okay. Das Lied ist Lied. Ja. 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 Oh, was willst du wissen? Der Windmüll ist auf dich, Freundin! Jetzt ist das eine Qualität! Keine Ahnung von Shinra-Knock-Offs kann sich mit der Republik-Ingenuität vergleichen. Okay, Zeit für Sie, ob sie funktioniert. Ha ha ha! Verdammt! Look at das! Es ist großartig, unglaublich! Wow, die Blades sind, in Wahrheit, in Wahrheit! What a sight! Oh, ich kann nicht warten, um herauszufinden, wie viel Power er kann. Ich wünsche, Freundin war hier für das. Wir würden gerne sehen, dass diese Wettbewerbs wiedersehen. Vielleicht ein Tag. Also, danke. Sie hat mir geholfen, einen Traum mit meinem. Ich glaube, du gehst zurück nach Colm? Das ist der Plan. Wenn du einen Broden sehen möchtest, sagst du ihm, schnell auf und es besser wird, oder? Wir haben einen ganzen großen Welt, um zu sehen. Oder etwas über diesen Linien. Ich bin von der anderen Seite. Oh, wie ist das? Sie wollen, ich bin zu sehen. Das ist so. Wenn Mildred glücklich ist, ich bin glücklich. Sie hat gesagt, du hast ein Welt zu sehen. she just wants an excuse to travel but i am overdue for a vacation think i've been working myself too hard lately rest would do you good what is this terrible scent it's reminiscent of hojo's lab it's time time to go to leave you okay it's just the degradation every soldier's gotta make their peace with it now you know why i can't see any old doctor you're a soldier too aren't you ex soldier actually didn't need to scare you the symptoms aren't always the same and who knows you might be one of the lucky ones just don't take your youth for granted all right you only get one shot at life and you can't let shinra take it from you you can't let them win i left the service to keep this place in my parents memory alive i'll be damned if i lose it too because of this illness oh yeah yeah breaking news at this hour avalanche the anti-shinra terrorist group responsible for the bombings in midgar is believed to have taken shelter in calm security forces performed a thorough sweep of the town during which time it was placed under a temporary lockdown which has since been lifted as of this report the suspects remain at large though public security is confident they will be apprehended soon local insurgents are believed to have placed on the role in their escape the company will conduct a separate investigation to identify these collaborators and is encouraging residents with any information to step forward information which leads to an arrest is subject to a reward and this is a reward okay that's why i see that's why i see that's why you can't see that's why it's i see we Okay. Wir müssen die dann aufleveln. Verstehe, verstehe. Okay. Mal schauen sonst. Äh. Eigentlich fehlt nur noch effektiv die Protosubstanz. Das Protorelic. Ja. Aber gut, das würde ich sagen, das machen wir dann eben im nächsten Part. Die Aufnahme ist jetzt, ja, eine Stunde zehn. Die längste Aufnahme bisher. Kann man auch machen. Aber gut, das Spiel ist ja ziemlich umfangreich von dem, was wir gesehen haben. Allein die Story, wie gesagt, 70, 80 Stunden. Und Completionist noch mal locker das Doppelte, wenn es sogar das Zweieinhalbfache von dem. Ja, einiges ist auf jeden Fall noch vor uns, so wie es aussieht. Das auf jeden Fall. Naja, dann seid auf jeden Fall gespannt auf den nächsten Part. Und Thema? Bis zum nächsten Video. Bis dahin. See you. Bis zum nächsten Video. Vielen Dank.